Die Stadt Wehlen liegt im westlichen Münsterland im Nordwesten des Bundeslands Nordrhein-Westfalen und ist eine kreisangehörige Gemeinde des Kreises Borken im Regierungsbezirk Münster. Im Jahr 2003 erhielt Wehlen den Titel staatlich anerkannter Erholungsort vom Regierungspräsidenten in Münster verliehen. Seit dem 23. August 2012 trägt Wehlen die Bezeichnung Stadt Wehlen. Geografie Wehlen liegt nördlich der Berge an der Bocholter AA. Die Stadtteile Wehlen grenzt an Gäscher, Recken, Heiden, Borken und Südlohn. Geschichte Erstmals schriftlich erwähnt werden die heutigen Ortsteile um 890 bzw. 1050, während Rahmsdorf in der Folgezeit vor allem durch die Verleihung der Stadtrechte im Jahre 1319 und den Bau der Burg 1425 den Charakter einer, wenn, auch kleinen, Stadt annahm, stand Wehlen seit dem Mittelalter unter dem dominanten Einfluss der Herren von Wehlen. Ob schon sie seit 1372 dem Bischof von Münster lebenspflichtig waren, gelang es der Familie von Wehlen, im Laufe der nächsten Jahrhunderte bis in die obersten Ränge des westfälischen Adels aufzusteigen. Hermann VII. von Wehlen begründete die engen Beziehungen Wehlens zum Imsland, die Dietrich von Wehlen mit der Gründung der Stadt Papenburg festigte und ausbaute. Alexander von Wehlen zu Resfeld brachte es als Heerführer der katholischen Liga im Dreißigjährigen Krieg zum kaiserlichen Feldmarschall und wurde als westfälischer Wallenstein bezeichnet. Die Burg Ramsdorf wurde 1425 für den Münsteraner Fürstbischof Heinrich II. von Moos errichtet. Bereits 1451 in der Münsterischen Stiftsfäde wurde sie zerstört und anschließend teilweise wieder aufgebaut. Im 17. Jahrhundert verfiel sie erneut. Das heute bestehende rechteckige Backsteingebäude mit Werksteingliederung wurde 1727 von den Brüdern Alexander und Anton Jungeblott erstellt. Dabei blieben Reste der Anlage des 15. Jahrhunderts vor allem der Runde Eckturm erhalten. Seit 1930 beherbergt die Burg das Museum Burg Ramsdorf. Die 1993 nach neuesten Musee-Eingesichtspunkten neu gestaltete Ausstellung gliedert sich in Abteilungen zur regionalen Ur- und Frühgeschichte, zur Stadt- und Sozialgeschichte sowie zur Naturkunde. Der Burgsaal dient kulturellen Zwecken. Auf die lange Geschichte der Pfarrei Sankt Walburka verweist die dreischiffige Hallenkirche Sankt Walburka, die im Kern 1410 errichtet wurde. Mit dem Bau des Westturms und der beiden Seitenschiffe wurde 1513 begonnen. Die Osterweiterung durch Querschiff und Chor erfolgte von 1912 bis 1914. Ein weiteres bedeutendes historisches Bauwerk ist das Haus Röllinghoff. An dem Bauernhaus blieb ein Flügel aus dem frühen 16. Jahrhundert erhalten. Im Hauptgeschoss dieses Backsteinbaus befindet sich einer der ältesten in seiner ursprünglichen Form erhaltenen profanen Seele des westlichen Münsterlandes. Das Schloss Wehlen mit Ursprüngen aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts erfuhr vor allem unter dem bedeutendsten westfälischen Baumeister Johann Konrad Schlaun in der Mitte des 18. Jahrhunderts die Umgestaltung zum späteren Märchenschloss des Münsterlandes. Nach einem verheerenden Brand im Jahr 1931 wurde das Schloss wieder aufgebaut und beherbergte zunächst ein Lazarett, ein Altersheim und dann eine Zollschule. Nach umfangreichen Renovierungs- und Restaurierungsmaßnahmen wurde im Jahr 1988 Dekasekunden heutiges Sporthotel eröffnet. Unterdessen liegt die einfache Bevölkerung bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts unter den stetig wiederkehrenden Kriegen. Nicht zuletzt die enormen Militärkosten und die ständigen Einquartierungen führten dazu, dass Rahmsdorf trotz seiner Stadtrechte nicht über den Status eines sogenannten Wegboldes einer Stadt mit minderen Rechten hinauskam. Als im Jahre 1816 Preußen die Herrschaft über das Westmünsterland übernahm, zählte die heutige Gemeinde 3780 Einwohner. Die Mehrzahl der Einwohner lebte von der Landwirtschaft und Betrieb im Neben- und Zuerwerb vor allem Handweberei, wenn auch weiterhin Armut und Not häufiger Gast in den Häusern Wehlens und Rahmsdorfs waren und viele Menschen ihr Glück in der Auswanderung nach. Amerika suchten. So begann doch langsam ein Wandel zum Besseren. Bereits seit 1848 wurden beide Ämter in Personalunion von einem Amtmann in Wehlen geleitet. Der Ausbau des Schulsystems, die Agrarreformen und die vor Ort seit etwa 1870 maschinell betriebene Textilindustrie brachten beiden Orten wichtige Impulse. Das Welene Adelshaus prägte vor allem durch Ignaz von Landsberg-Welen und seinen Enkel Maximilian über die Gemeinde hinaus die westfälische Geschichte. Trotz dieser Entwicklung hatte sich speziell Rahmsdorf bis in das 20. Jahrhundert hinein den Charakter einer Ackerbürgerstadt erhalten. Die Einwohnerzahl beider Ämter war bis 1900 ebenfalls kaum gestiegen. Die Jahre bis 1933 waren für beide Ämter von wechselnder Konjunktur einem Anwachsen der Bevölkerung und langsamer Modernisierung gekennzeichnet. Als Wehlen und Rahmsdorf 1945 Bilanz der zwölfjährigen Nazi-Herrschaft zogen, waren die materiellen Schäden durch den Weltkrieg lediglich in Rahmsdorf von größerer Bedeutung. In personeller wie moralischer Hinsicht aber waren die Verluste unermesslich. Mehr als 500 vermisste und gefallene Personen sowie mehrere jüdische Familien waren dem Krieg zum Opfer gefallen. Trotz vieler Schwierigkeiten in den ersten Nachkriegsjahren nahm die Gemeinde nach 1945 eine sehr positive Entwicklung. Neben einer weiteren Verbesserung der Infrastruktur gelang es vor allem durch die Ansiedlung neuer Betriebe die Wirtschaftskraft zu heben. Im Rahmen der kommunalen Neugliederung, die zu einer effektiveren Verwaltung führte, wurden die Gemeinden Rahmsdorf-Stadt und Rahmsdorf-Kirchspiel 1959 zur Gemeinde Rahmsdorf zusammengeschlossen. Zehn Jahre später erfolgte die Zusammenlegung der drei Wellener Gemeinden, Wellendorf, Waldflin und Nordwillen. Mit der Bildung der zwei Polygengemeinde Wellen aus den ehemaligen Gemeinden Wellen und Rahmsdorf fand diese Entwicklung 1975 ihren Abschluss. Wellen ist der Sitz der Regionale 2016-Agentur der Zentralen Steuerungsstelle für den regionale Prozess im Westmünsterland. Am 1. April 1959 wurden die Gemeinden Kirchspiel-Rahmsdorf und Stadt Rahmsdorf durch Landesgesetz zur neuen Gemeinde Rahmsdorf vereinigt. Am 1. Juli 1969 erfolgte die Zusammenlegung der drei Wellener Gemeinden Wellendorf, Waldflin und Nordwillen zur neuen Gemeinde Wellen. Am 1. Januar 1975 wurde Rahmsdorf ein Ortsteil der Gemeinde Wellen. Zudem wurde ein Teilgebiet der Nachbargemeinde Heiden mit damals etwa 150 Einwohnern eingegliedert. Politik Nach der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 setzt sich Wählensrat wie folgt zusammen. CDU 14 Sitze SPD 5 Sitze Grüne 2 Sitze UWG 5 Sitze Von 2009 bis 2015 war Christian Schulze Pellengar Bürgermeister der Gemeinde Wellen. Zuletzt wurde er 2014 wiedergewählt. Nachdem er bei den Kommunalwahlen 2015 zum Landrat des Kreises Köstfeld gewählt wurde, übernahm der erste beigeordnete Dr. Thomas Brüggemann die Amtsgeschäfte kommissarisch. Bei der Neuwahl am 28. Die Stadt wählen führt das Wappen, Banner und Dienstsiegel des früheren Amtes Wählen-Rahmsdorf, wie es der Innenminister mit Erlass vom 17. November 1961 verliehen hat, in der Fassung, wie es der Regierungspräsident zu Münster mit Urkunde vom 14. November 1977 genehmigt hat. Der Rat der Stadt Wählen hat am 17. Dezember 2012 zudem die Einführung einer Hissflagge beschlossen, die der Landrat des Kreises Borken Kommunalaufsicht am 28. Dezember 2012 genehmigt hat. Wappen, Banner, Flagge, Wappen der Ehe, Gemeinde Rahmsdorf, Wappen der Ehe, Gemeinde Wählen, Blasonierung. Vor der Fusionierung der Gemeinden Wählen und Rahmsdorf zeigte das Wappen Wählens nur die drei roten Merletten auf goldenen Grund. Die Merlette ist ein heraldisch gestutzter kleiner entenartiger Vogel, ihm fehlen Schnabel und Füße. Viele Heretiker sehen in der Merle eine gestümmelte Amsel. Rahmsdorf zeigte in blau die mit einem Kreuz besteckte goldene Ramme. Beschreibung des Banners. Im gelben Bannerhaupt im unteren Teil drei Balkenweise gestellte rote Merletten. Unten in blau in der oberen Hälfte eine mit gelbem Kreuz besteckte gelbe Ramme. Die Hauptsatzung gibt keine Beschreibung des Banners. Beschreibung der Flagge. Die Flagge ist blau und gelb in zwei Bahnen quergestreift und zeigt in der Mitte das Wappen. Das Amtsblatt der Stadt Wählen gibt folgende völlig unzureichende Beschreibung. Gemeindepartnerschaften Malles, Mecklenburg-Vorpommern, Delugoliker, Polen. Kultur und Sehenswürdigkeiten. Bauwerke sehenswert sind das Wasserschloss Wählen. Das seit einigen Jahren als Tagungs- und Sporthotel genutzt wird. So wie die örtlichen katholischen Pfarrkirchen und die Mühle am Tessingbach. Südwestlich liegt das Haus Röllinghoff. Im Sommer ist der athesische Brunnen an der Gemeindegrenze zu Heiden ein beliebtes Ausflugsziel. Wählen liegt am Nordrand des Naturparks Hohe Mark West Münsterland, der sich durch bewaldete Landschaft auszeichnet. Von einem Park mit teilweise uraltem Baumbestand ist das Wasserschloss Wählen umgeben. Hier befindet sich auch die Golfanlage des Schlosses. Daran schließt sich südlich der Tiergarten an. Dies ist eine Wald- und Parkanlage, die 2006 wieder der historischen, nach Plänen Johann Konrad Schlauns gestalteten Form angenährt wurde. Museen Museum Burg Rahmsdorf in Rahmsdorf Regelmäßige Veranstaltungen alljährlich findet im Oktober das Herbstfest Kolle Kermes mit Flohmarkt, Tanz- und Gesangsvorführungen, Verlosungen, Attraktionen für Kinder in Wählenstadt, Walburgesmarkt im Mai. Der Walburgesmarkt in Rahmsdorf findet jährlich am letzten Sonntag im Mai statt. Schützenfest Rahmsdorf im Juli Schützenfest Wählen im August Schützenfest Ostendorf im Mai Schützenfest Holthausen an Christi Himmelfahrt Junggesellen Schützenfest Blelking Holthausen am 1. Samstag nach dem Rahmsdorfer Schützenfest Schützenfest Nordwillen an Pfingsten Persönlichkeiten Hendrik Jeerstoff-Fels Lebensgefährtin des niederländischen Barockmalers Rembrandt Josef Niesert katholischer Priester Altertumswissenschaftler und Autor Max von Landsberg-Wehlen, westfälischer Standesherr und preußischer Agrarpolitiker Josef Tillmanns, Lebensmittelchemiker Bernhard Laum, Altertumswissenschaftler Hans Mais, deutscher Politiker Elisabeth Inseling, deutsche Politikerin Ludwig Aberkamp, Erzbischof von Hamburg Klaus Balkenhol, deutscher Dressurreiter Georg Veith, Schriftsteller